Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, das zugrunde geht. Und besser wäre es, dass nichts entsteht, so ist denn alles, was ihre Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Das Omen. Das Omen. Das Omen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.